Hallo und Willkommen zu einem Videoreview von Proillusionist. Ich habe mir Instagram Plus von Patrick Kuhn angeschaut. Ein Effekt, der auf ein ganz aktuelles Thema eingeht, nämlich auf das Thema Social Media und Social Media Marketing. Für alle Zauberer sehr, sehr wichtig und das ist eben ein Effekt, den man dazu nutzen kann, um seinen Instagram Account mit neuen Followern zu beglücken. Und ja, Patrick hat sich da super viele Gedanken gemacht mit Instagram und zeigt in der Videobeschreibung auch mehrere Methoden, wie man das Ganze anwenden und vorführen kann. Das finde ich sehr, sehr toll, dann ist für jeden was dabei und ja, wer braucht nicht mehr Follower? Das ist heutzutage ja leider total wichtig und eben, sage ich mal, weil ich ja noch eher so von der älteren Generation bin. Wir haben noch echte Freunde gehabt, sagen wir immer. Aber gut, das ist auch für das Business sehr, sehr wichtig. Spaß beiseite, das ist für das Business sehr, sehr wichtig. Und von daher ist es sehr schön, wenn man neue Follower generieren kann, indem man ihnen einen Effekt zeigt. Und zwar auf deren eigenen Telefon, ohne App, ohne alles, mit dem Instagram Account des Vorzuführenden. Und das ist halt sehr, sehr schön, weil man dadurch ganz toll, wie vorhin schon gesagt, Follower generieren kann. Und das ist unter Umständen für euch sehr, sehr wichtig, weil ihr dadurch ja, wenn ihr für die Zauberer Geld nehmt, euer Geld verdient. Oder wenn ihr einfach sagt, hey, ich stehe drauf, wenn ich viele Instagram Follower habe, ist das ein toller Effekt, um das Ganze so ein bisschen zu pushen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht nur ein toller Effekt, also als Mittel zum Zweck, sondern es ist generell ein toller Effekt. Den es zwar schon in der Form mehrfach gab, aber Patrick sagt es auch in der Videobeschreibung, es wirkte immer so ein bisschen wie eine App, wenn man irgendwas, eine Karte aus dem Telefon gezogen hat. Und das ist hier wirklich, dadurch, dass es auf das Zuschauerstelefon passiert und wirklich im reinen Instagram, kommt dieser Gedanke gar nicht rüber, dass es sich hierbei um eine App handelt. Vom Handling her, je nach Methode, die eine ein bisschen leichter, die andere ein bisschen schwerer, aber ich fand jetzt nichts überkrasses dabei, wo man sagt, boah, da muss ich erstmal ein Jahr üben, bevor ich den ersten Follower bekomme. Sondern man ist eigentlich hier relativ zügig dabei und kann das Ganze nutzen. Man sollte im Instagram-Account aber ein bisschen was drin haben, es müsste ein bisschen was los sein schon. Also für jemanden, der sagt, so, ich kaufe mir das jetzt und fange jetzt einen Instagram-Account damit an, ist ein bisschen wenig, sondern es muss so ein bisschen schon Leben in eurem Account sein, was die Inhalte angeht. Aber das sollte für die allermeisten ja kein Hindernis und kein Problem sein. Und von daher können wir für Instagram Plus von Patrick Kuhn eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Und für die, die ihr Business über Instagram aufbauen, würde ich sogar sagen, ist das ein absolutes Muss. Viel Spaß damit.